So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir von X-Trons das EQ7246B gekauft. Das ist zu diesem Zeitpunkt das technisch so ziemlich aktuellste Radio, was die anbieten für den E46 mit dem Qualcomm 8-Kern-Prozessor mit dem 665, 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Ich habe das Ding jetzt schon ein paar Tage drin und im Test. Mir ist auch gelungen mittlerweile die Beleuchtung einzustellen. War einfacher als gedacht. Ich war erst im Fahrzeugmenü. Ich zeige das einfach mal schnell hier bei K. Und dann kann man hier noch in Werkseinstellungen gibt man 126 ein. Das ist der Code bei diesem Radio. Und dann kann man noch diverse Einstellungen machen und dort kann man auch was mit den LEDs einstellen. Man kommt aber nie dahin, dass man direkt die Farbe verstellen kann. Man kann dann nur Rot, Grün und Blau vorwählen. Aber die BMW-Serienbeleuchtung ist ja eher orange. Und das ist deutlich einfacher. Und zwar ist auch hier bei Auto, aber nie bei Werkseinstellungen, sondern direkt hier. Das habe ich bloß überlesen. Da schiebt man ganz leicht das Grün etwas nach oben und schon kommt man relativ nah an den Orangeton, den BMW Original hat ran. Ja, was kann ich zu dem Radio sagen? Also ich komme von dem Erisin. Etwas älterer Bauart. Zwar auch 8-Kern-Prozessor, aber deutlich langsamer. 2 GB RAM nur. Und deswegen habe ich auch gewechselt, weil das Gerät speziell bei Maps sehr, sehr langsam geworden ist und mit Android 6 auch mittlerweile ziemlich veraltet war. Hier ist die 12 oben. Das funktioniert auch soweit alles recht flutschig, was man hier tut. Ich kann jetzt auch mal zum Beispiel eben Maps aufmachen. Da könnt ihr euch gleich mal ein Bild davon machen, wie lange das so dauert, bis sich das bewegt. Geben wir hier mal irgendeine Suche ein. Ja, also das geht eigentlich alles ziemlich flutschig. Das hier ist die Zurück-Taste bei dem Radio. Da kann ich jetzt sagen, hier, ich will zum Panometer fahren. Das geht eigentlich alles ziemlich instant. Also es geht nicht ganz so flutschig wie auf aktuellen guten Handys. Aber wie ihr seht, geht es alles im Prinzip mehr oder weniger gleich. Also da ist keine großartige Wartezeit. Und bei dem Vorgängerradio davon, also bei meinem Eresin mit dem PX5-Prozessor, habe ich teilweise ewig auf Sachen gewartet. Also gerade Maps hat da total gekotzt. Hier die Geschwindigkeitsanzeige habe ich noch nicht ganz rausbekommen, ob das jetzt über GPS gemessen wird oder ob er das vom Auto holt. Weil, also es zeigt minimal, jetzt muss ich lügen, mehr an als der Tacho. Also vermute ich, es wird GPS gemessen sein. So, dann ist hier auch eine etwas bessere Kannenbus-Decoder, so heißt das Ding, drin. Der haut mir hier zum Beispiel auch die Außentemperatur rein, die vom Auto übermittelt wird. Des Weiteren hat man hier jetzt auch noch die Funktion, das hatte das vorherige nie, direkt aus dem Kannenbus. Geht man hier in, na komm, wo ist es hin? Ach ne, hier. Da, kann ich da reingehen. Und dann zeigt er mir meine, also Momentanverbrauch 1, beziehungsweise Durchschnittsverbrauch 1 und 2 an. Wo ich ja im Kombi-Instrument nur die 1, also die 1 ist das, was man im Kombi-Instrument sieht und resetten kann. Ob ich das hier Reset drücke oder im Kombi-Instrument, ist dieselbe Funktion. Ja, ansonsten gibt es halt nie viel zu sagen. Hier ist relativ viel Zeugs vorinstalliert. Einiges habe ich dazu gemacht, wie zum Beispiel den Helligkeits-Controller, weil mir aktuell das Display im Dunkeln bei niedrigster Helligkeit, die man hier drüber einstellen kann, noch zu hell ist. Also das ist jetzt die niedrigste Helligkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video rüberkommt. Ist auf jeden Fall bei Nachtfahrten noch viel zu hell. Und wenn ich hier reingehe, kann ich dann hier die Einstellung und dann kann ich hier super dunkel, heißt es extra dunkel, gut, machen. Und das werde ich demnächst ausprobieren. Ich bin seitdem noch nie gefahren. Ich habe das jetzt bloß durch Zufall mitbekommen, dass es da Apps gibt, die das noch ein bisschen dunkler machen können. Ja, die vorinstallierte DAB-App ist ganz hübsch anzusehen. Das funktioniert auch gut. Ja, also geht instant die Musik los. Startet auch nach dem Zündung anmachen relativ fix. Also rein von der Geschwindigkeit her ist das Gerät schon eine deutliche Verbesserung. Ja, Navi-Taste kann man wie bei allen Geräten belegen, welche App da geöffnet wird. Muss auch nie zwingend eine Navigations-App sein. Man stellt halt einfach ein, welche App. Die App ist lustigerweise genau die gleiche, wie sie auf meinem anderen Radio oben war. Allerdings immer, wenn Zündung aus war, vergisst die, wo ich gewesen bin. Da muss ich mal noch rauskriegen, woran das liegt. Also ist dann hier nichts mehr mit letzten Ordner oder letzten Lied. Ist weg. Radio, mal gucken. Radio hat er sich gemerkt. Das hat funktioniert. Muss ich mal gucken. Ja, es reagiert alles fix. Ist halt für den Preis, würde ich sagen, auch zu erwarten, dass das vernünftig funktioniert. Ja, ansonsten, wenn ich hier drauf drücke, macht er dann logischerweise auch Maps Off. Hier kannst du Bluetooth-Musik machen. Das ist natürlich auch selbsterklärend, mehr oder weniger. Hierzu würde ich vielleicht noch was sagen wollen. Hier habe ich einen Verstärker und eine Bassbox im Auto. Und das sieht jetzt hier vielleicht für den anderen ein bisschen wilder aus, aber für mich klingt es so ganz ordentlich, weil ich versuchen will, möglichst wenig Bass über die normalen Lautsprecher zu machen, sondern alles über die Basskiste, damit die normalen Lautsprecher sich mit den restlichen Tönen beschäftigen können. Und beim Eresin hatte ich dann hier ganz am Rand einen Regler für den Subwoofer, also sprich für den Sub-Ausgang vom Radio. Das haben sie hier bei Effekt versteckt. Der ist hier drüben. Allerdings hat man den Vorteil, ganz bequem komplett an- und ausschalten, weil ich muss zum Beispiel ab und zu mal einen Hund im Kofferraum mitnehmen und das ist dann halt nicht so geil, wenn neben dem die Kiste wummert. Dann gehe ich fix hier rein, mache dort aus und fertig. Und dann unten drunter ist halt der Pegel dafür. Und dann kann man hier noch jede Menge anderen Scheiß einstellen. Dann kann man hier eben sozusagen das Hörzentrum noch verändern, wenn man das will. Habe ich aber auf zentral gelassen. Ich habe es hier leicht nach vorne korrigiert, aber ansonsten ist ja, wie gesagt, dann gibt es halt hier eben auch wie immer die Voreinstellungen zur Auswahl, wie man das von vielen anderen Radios kennt. Und ja, der bisherige einzige Nachteil, wie gesagt, das mit der Displayhelligkeit ist ein Nachteil und mir ist aufgefallen, die großen Kacheln hier kann ich nicht in der Anordnung ändern. Die kleinen hier kann man rumschieben, ist ein bisschen blöd gelöst, weil man muss, ich muss jetzt hier, wenn ich hier eine hin machen will, kann ich die nie hier hinten holen und dort vorziehen, sondern ich muss dann erst mal so wie hier eine Lücke schaffen und dann kann ich das nehmen und davor ziehen. Das ist ein bisschen ungünstig gelöst, aber ich denke mal, einigen Leuten wird die Oberfläche sowieso nie gefallen und die werden sich dann einfach einen anderen Launcher drauf machen und dann wird das gehen. Aber das ist halt immer Geschmackssache. Ansonsten, ja, Klang ist, wie gesagt, viel Einstellungssache, ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Ja, einziges Problem, was ich noch hatte, was ich hier an der Stelle mit erwähnen will, das Radio ist etwas zu lang. Also das Radio selbst passt eigentlich rein, aber dem Radio liegt, das hat einen normalen DIN-Antennenanschluss, also sprich diese große, ungefähr ein Zentimeter Durchmesser, runde Buchse und die Autos haben ja diesen FAKRA-Stecker, heißt er. Und da ist ein Adapter dabei, den man quasi direkt dort reinsteckt und wo dann hinten die FAKRA-Buchse drauf ist und dann kann man dann das Kabel vom Auto anstecken. Das Problem ist, dann geht das Radio nicht mehr einzubauen, dann ist es ungefähr fünf Millimeter zu lang und stößt hinten gegen den Lüfterkasten. Im E46-Forum hat mir jemand geschrieben, der Lüfterkasten macht das wohl mit, wenn man den heiß macht und mit dem Schraubendrehergriff dort eindrückt. Ich habe mir das verkniffen, weil ich Angst hatte, weil die Idee hatte ich vorher auch schon, dass ich da eventuell den Kasten gegen den Lüftermotor drücke und dass es dann schleift oder gar nicht mehr sich drehen kann. Ich habe mich jetzt beholfen, ich hatte vom vorherigen Radio diesen Adapter als Kabelvariante und den kann man direkt hinterm Radio, ich sage mal, abknicken, zumindest relativ scharf umbiegen. Und dann passt es wieder. Aber das war halt beim Einbauen ein Problem. Ansonsten, was ich dazu sagen kann, wenn man mit dem Ding DAB hören möchte, muss man wahrscheinlich auch einen relativ aktuellen DAB-Empfänger kaufen. Weil mit meinem ursprünglichen vom Erisin, der fünf Jahre alt ist, hat es ein bisschen gebockt. Da ging die serienmäßige DAB-App, hat zwar einen Suchlauf gemacht, aber hat keinen Ton gebracht dann, wenn man den Sender angewählt hat. Und dann habe ich zum Probieren DAB-Z drauf gemacht, was ich vorneweg hatte, beim alten Radio, weil da die DAB-App, die serienmäßige, total grottig war. Und das ging mal und mal nie. Also besser einen neuen Empfänger bestellen und darauf achten, möglichst wenig Kabel dazwischen. Also hier ist relativ, ich glaube, so etwa ein halber Meter USB-Anschlüsse sind hier hinten dran. Und dann am besten einen kurzen Adapter von USB auf Micro-USB kaufen. Ich habe so einen 15 Zentimeter bei Amazon. Der war zwar fünf oder sechs Euro, also relativ teuer für so ein bisschen Kabel. Aber ich wollte eine ein bisschen bessere Qualität kaufen und auch mit Goldsteckern und so, dass das eben funktioniert. Weil das liegt halt alles in der Mannschufach und da will man nie ständig dran rumfummeln. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, also wie gesagt, ich habe bisher keine Schwierigkeiten gehabt mit dem Gerät. Achso, was mir noch aufgefallen ist. In der Beschreibung von dem Gerät, sowohl bei X-Trons auf der Homepage als auch bei dem eBay-Händler, wo ich das Gerät gekauft habe, weil es dort deutlich günstiger war, ist beschrieben mit zwei USB-Anschlüssen. Das stimmt nicht. Das Gerät hat drei. Es ist einmal ein, ich sage mal, Doppelkabel, wo dann zwei USB-Buchsen hinten dran sind und dann nochmal eine einzelne. Welche man für was verwendet, habe ich ausprobiert, ist dem Gerät vollkommen Bockwurst, was man wo ansteckt. Ja, ansonsten kommt das Gerät mit einem SIM-Karten-Slot, sage ich mal so, der aber auch extern angesteckt wird. Das habe ich jetzt nicht getestet, weil ich einfach keinen Bock habe, für eine zweite SIM-Karte zu bezahlen. Wenn ich im Auto Internet brauche, mache ich einfach auf meinem Smartphone den Hotspot an und fertig. Und dann kann das Radio darüber Maps machen oder weißt da gar ja was. Serienmäßige Offline-Navigation war hier keine drauf. Beim AirySyn ist ja iGo 8 oben gewesen, inklusive Karten. Also das musste man nie kaufen. Hier ist keine Offline-Navigation drauf. Ansonsten so diverse Spielerei-Apps wie eBus oder auch hier Torque habe ich noch nie probiert. Das wäre ich irgendwann mal. Also Torque ist serienmäßig oben gewesen. Das werde ich irgendwann nochmal testen. Ich habe so einen Bluetooth-Odb-Dongle. Aber der Mehrwert erschließt sich mir jetzt nie wirklich. Ja, ansonsten Bluetooth-Freisprecheinrichtungen habe ich jetzt noch nicht probiert. Verbunden ist mein Handy schon, bloß aktuell nie. Deswegen brauche ich da jetzt ohne draufdrücken. Da sind da nichts. Ja. Ja, das mal kurz zu dem Gerät. Das Video hat halt hauptsächlich den Sinn, dass auch mal was auf Deutsch und vor allem auch mal Tests zu so einem Radio kommen. Wenn es auch ein kurzes Video ist. Einfach um das Gerät mal zu zeigen, weil es halt nichts gibt. Also man hat ja von X-Trons die Werbevideos und das war's. Und die sind meiner Meinung nach wenig aussagekräftig, weil die auch viel in der Geschwindigkeit beschleunigt sind. Das macht auch Erizin sehr gerne. Wahrscheinlich damit die Geräte schneller aussehen. Ist mir aufgefallen, dass die ihre Videos dann Zeit beschleunigen. Und das tut ja aber total verfälschen, den Eindruck vom Gerät. Finde ich zumindest. Ansonsten, die Passgenauigkeit ist minimal schlechter als beim Erizin. Aber noch nie so, dass ich sage, dass es mich stören würde. Hier der Spalt ist ein bisschen breit, aber die Oberflächenbeschaffenheit ist etwas rauer. Da war das Erizin schöner. Das war auch minimal rau, aber feiner. Nicht ganz so grob wie das. Und was mir halt hier nie so gut gefällt, aber was glaube ich beim Original 16 zu neuen Navio ist, diese paarweisen Tasten. Aber weil die sich halt nirgends sonst im Auto wiederfinden wie hier, das sind ja alles Einzeltasten, hat mir das beim Erizin besser gefallen. Aber Erizin ist halt technisch voll stehen geblieben. Dort ist das schnellste Gerät, hat den PX6 6-Kernprozessor. Der ist zwar auch schon deutlich schneller als das PX5, aber naja. Achso, zu Leistungsdaten habe ich im Forum schon was geschrieben. Da will ich jetzt hier nie zu weit ausholen. Soll nur erwähnt sein. Im Geekbench war das glaube ich. Hat es ziemlich genau dieselben Punkte wie ein Galaxy S8, damit man mal eine Orientierung hat, wie viel Rechenpower hier drin ist. So, das soll es erstmal gewesen sein. Will euch nicht zu sehr zulabern. Das ist dann erstmal von mir. Wenn mir noch irgendwas einfällt, auffällt über die Zeit, dann schiebe ich irgendwann nochmal ein Video nach. Und wieder. Soll's.